Der Chaos Computer Club ist ja in den frühen 80er Jahren von der Generation vor mir gegründet worden. Das waren eigentlich Leute, die so aus der 68er-Bewegung noch stammten. Und wo also verschiedene Momente zusammenkamen. Hier kamen Leute zusammen, die sich sehr frühzeitig die Fragen gestellt haben, was eigentlich die Einführung von Computern für Konsequenzen haben werden, was für Probleme aufkommen werden, welche gesellschaftlichen Prozesse sich da verändert werden. Das ist teilweise inspiriert gewesen durch die sehr frühe Mailbox-Bewegung, die es in Kalifornien in den sehr frühen 80ern gegeben hat. Da kam aber auch antitotalitäres Gedankengut, hat sich damit vermischt ganz stark. Das heißt, bestimmte Überlegungen, wie man mit Computern sich dezentral vernetzen kann, wie man staatliche Informationsmonopole verhindern kann, wie man grenzüberschreitende, zensurfreie Kommunikation ermöglichen kann, das hat natürlich auch mit der deutschen Geschichte zu tun. Die deutsche Geschichte ist ja grob zusammengefasst die, dass in diesem Land durch die Nazizeit, hier wurde alles einmal so richtig falsch gemacht, bis ins letzte Detail als bürokratischer Akt. Das heißt, die Idee, dass der Computer helfen kann, dezentrale Vernetzung zu ermöglichen und Machtstrukturen zu dezentralisieren, die hat ganz stark was mit dem politischen Teil sozusagen des CCC zu tun. Es war immer eine gesunde Mischung von Leuten, die sich sehr früh mit der Technik beschäftigt haben, die sich aber auch überlegt haben, wozu das eigentlich gut sein kann. Der CCC hat sich dann seit 1984, gab es eine kleine Zeitschrift und einmal im Jahr einen Kongress. Am Anfang waren das so 300, 400 Leute und es drehte sich halt um Datennetze, ging auch, es war auch eine Zeit, wo in Deutschland die Volkszählung anstand, das heißt ein Regierungsprojekt, wo alle Bürger alle möglichen Angaben zu ihren Lebensumständen machen sollten, was sehr kritisch beäugt wurde, weil die Volkszählung auch im Dritten Reich dazu diente, um quasi Leute zu identifizieren, die später deportiert wurden und solche Sachen. Es gab also eine Widerstandsbewegung und es gab auch ganz insgesamt mit der Einführung der Computer, muss man sagen, hat sich beispielsweise die politisch Linke, also die grüne Partei, sehr schwer getan. Es gab sogar einen Beschluss, dass Computer in der politischen Arbeit nichts zur Suche haben. Es wurde also als Herrschaftsinstrument gesehen. Und was wir im CCC eigentlich gesehen haben, ist, na klar ist das ein Herrschaftsinstrument, aber es kann auch unser Herrschaftsinstrument sein. Also das heißt, die Idee, dass man den Computer sozusagen zu eigenen Zwecken nutzen kann, natürlich gab es sehr früh, wie gesagt, in den 80er Jahren, dieses Big Brother is watching you, wo der CCC, wo unser Gegenmotto war ja, Small Brother is watching through, also wo wir uns erstmal nicht von beeindrucken lassen wollten. Und als wir seit 86 auch als juristischen Gründen den Chaos Computer Club e.V., also als eingetragenen Verein gegründet haben, gab es halt auch, muss man der Satz, muss man seine Ziele definieren, haben halt gesagt, okay, der CCC ist eine galaktische Gemeinschaft, die sich grenzüberschreitend für Informationsfreiheit einsetzt und die sich insbesondere für ein Menschenrecht, für weltweite, ungehinderte Kommunikation einsetzt. Die CCC-Satzung ist von der Organisationsstruktur, war es uns immer sehr wichtig, sehr dezentral zu agieren. Wir wollten also nicht zu einem Zentrum für irgendetwas werden, sondern im Gegenteil, wir wollten immer lokale Gruppen oder auch thematische Gruppen fördern, die sich an ganz verschiedenen Orten und in ganz unterschiedlicher Organisationsform sich um Themen kümmern. Aber eben mit dem gemeinsamen Ziel, die gemachten Erfahrungen und das Wissen und die Daten, die dabei zutrehe kommen, zu teilen und halt auch im Sinne der Informationsfreiheit als sozusagen gesellschaftliches Anliegen allgemein verfügbar zu machen. Das heißt auch so etwas wie Transparenz staatlichen Handels, bei uns hieß das dann die maschinenlesbare Regierung als Projekt, ist eigentlich so eine ureigenste CCC-Motivation gewesen, um diese Dinge anzugehen.